Und hallo Leute, da bin ich wieder, euer Ericind, zum 17. Park und schon wie ihr das hier seid, ich stehe jetzt die ganze Zeit rum, bin einmal disconnected, weil ich kurz einkaufen war und dann habe ich wieder einen neuen Goldbarn hier. Florian, bitte fix das, bitte fix das, weil das geht nicht. So, wir haben jetzt genug gefahren und das ist ein bisschen geil gemacht, hier schön tricksen. Das andere geht mal aus für Essen. So, so, so. Äh, so. Boom. Was? Battle Emblem, okay. Essen, 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 essen. Was ist hier? Nee. Hier. Eking, ja auch, ich sag, das können wir jetzt nicht verbinden, hört es mir grad voll an. So, das andere verbrennen wir wieder, weil das mir jetzt eh nichts bringt. Dann nehme ich noch mehr Zeug mit. So, ähm. Helwing, Essen, Potions. Weitere, Schaufel. So, haben wir jetzt alles am Start. So, und. Jetzt machen wir was essen. Tschüssi, ich hört euch mal ein bisschen hier. Tschüssi. Okay. Oh mein Gott. Opin' nicht. So, sucht euch eigentlich klasse aus. Hätt ich doch lieber hier dran gelassen. So. Äh, was? Magiker. Na prima, ich bin jetzt... Ich hab mir noch meine kleinen Drohnen. Ich muss jetzt einfach hierhin platzieren. Was mir jetzt ein bisschen egal ist. Die Potion nehmen halt nicht mit, weil ich bekomme bestimmt Sachen. So, ich muss ausschüttieren. So, Achtung, sichert die Items, die in der Enderküste. In Lager oder Berserker bekommt ihr um die meisten Axte, die sehr starken Augustine. Das ist bei dieser Kasse leider nicht möglich. Nur mal Paladin. So, ihr habt gemerkt, dass euer Inventor geklärt wurde. Das liegt daran, dass die dieses Kapitel schwieriger machen wollte. Also, viel Spaß bei der Erfahrung. Unser Ritter halten sich nicht lange durch. Der kann... Dann kann die irgendwie helfen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ach du, naja. Nur ja. Wir stecken in der Patsche. Wir brauchen schon Hilfe. Was soll ich machen? Bede dich bei meinem Paladin Herr... Herdwig. Der ist mein bester Paladin. Der bädet dich aus in zwei Minuten. Der bädet dich in zwei Minuten aus. Also, hopp, hopp. Okay. Herzlich willkommen im Lager des Paladins. Ist nass hier. Okay, wir brauchen Gold. Rüstung für Paladin. Halbpocker X. Schwert. Brauch nur auf. Wo kriege ich Gold her? Start den Kipp. Oh mein Gott. Stopp. Was ist nass? So. Die Besonderheiten des Paladins. Ihr habt vier Herzen mehr als die anderen. Ihr könnt nochmal vier goldene Herzen. Langsamkeit zwei wegen der schweren Rüstung. Die wegen, die gehen aber weg von ihrem Schaden nimmt. Wenn ihr Schaden nimmt, okay. Ihr sollt mit den blöden Eisen-Golems bauen und rüch. Wenn der mit den Gold hat, der schadet ab. Ach ja. Auch mal ein bisschen rumlaufen. Mal gucken, ob er was fient. Mal gucken, ob er was fient denn. So. Stopp. Das war alles. So. Ihr seht schon. Zum Flurmeister. Los geht's. Das Hauptlager. Wow. Hohoho. Zu den jeweiligen Hauptlager. Alter. Okay. Ich glaub. Ich mach einen kurzen Cut bis jetzt in der nächsten Folge. Das war euer, das war der Arrow, der unfährste Spieler Deutschlands. Tschüss, bis zum nächsten Mal.